Liebe PIKO-Freunde, ich möchte Sie heute mal wieder ganz herzlich aus China begrüßen und Ihnen einen neuen Benefizwagen ankündigen. Der Krieg in der Ukraine, der aggressive Angriffskrieg, den Putin über die Ukraine gezogen hat, hat uns bei PIKO entsetzt und sprachlos gemacht. Für uns bei PIKO und es ist sicherlich vielen anderen Menschen genauso gegangen, war es unvorstellbar, ein Krieg in Europa in der heutigen Zeit. Wir lebten offensichtlich in der Illusion, dass der Friede nach dem Zweiten Weltkrieg ewig herrschen wird. Putin hat uns eines anderen belehrt. Das Militär mordet Menschen, grausame Sachen laufen dort ab und es ist manchmal ziemlich schrecklich, das auch noch im Fernsehen präsentiert zu bekommen. Aufgrund dieser Tatsache haben wir uns überlegt, wie kann PIKO hier helfen? Wie können wir den Menschen in der Ukraine oder den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, wie können wir denen helfen? Viele unserer Kunden haben uns auch schon darauf angesprochen, haben gesagt, mach doch bitte einen Benefizwagen und hiermit können wir wieder einen kleinen Beitrag leisten. Also, wir haben uns entschieden und wir werden einen Benefizwagen für die Ukraine machen. Mit dem Layout des PIKO Benefizwagens wollen wir an die Bedeutung der Ukraine für die Ernährung der Welt mit einem Sonnenblumenfeld erinnern und hoffen, dass sich diese idyllische Kulisse hoffentlich bald wieder in die Realität verwandeln kann. Das soll unsere Botschaft mit dem Wagen sein. Ich würde mich also freuen, wenn sie möglichst viele, viele von ihnen, wenn möglichst viele von ihnen den Wagen bestellen würden. Sie können den entweder bei uns bestellen oder auch bei ihrem Modellbahnfachhändler. Wie in der Vergangenheit werden wir die Spende, den Nettoerlös der Spende wieder voll weiterreichen. Wir werden eine komplette Spende machen und dieses Mal wollen wir die Spende der Stadt Sonneberg zugutekommen lassen, damit diese sie einsetzen kann für die geflüchteten Menschen, die in Sonneberg Zuflucht gefunden haben. Darüber hinaus werden wir einige zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Wir haben schon einige Ukrainer beschäftigt, werden aber hier noch mehreren die Möglichkeit geben, um einen Arbeitsplatz bei uns zu bekommen. Ich würde mich also freuen, wenn sie möglichst viele dieser Wagen, also in einer großen Zahl dieser Wagen bestellen, damit wir möglichst gemeinsam eine große Spende an die Stadt Sonneberg machen können. Die Auslieferung des Wagens wird voraussichtlich im Oktober stattfinden. Sie können den Wagen ab sofort bei uns oder bei ihrem Modellbahnfachhändler bestellen. Die Bestellfrist läuft am 18. Juni diesen Jahres aus. An dem Tag haben wir auch unseren Tag der offenen Tür, zu dem ich sie noch mal ganz herzlich einladen möchte. Und wir werden an diesem Tag die Spende an den Bürgermeister der Stadt Sonneberg, Herrn Dr. Heiko Voigt überreichen. Also bitte bestellen Sie, wir werden gemeinsam den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, eine kleine finanzielle Unterstützung damit geben. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 18. Juni dann bei PIKO in Sonneberg wiedersehen. Und Tschüss!